einen wunderschönen guten morgen nach deutschland und in die ganze schöne große weite welt die technischen probleme haben wir gerade hinter uns gebracht deswegen ein bisschen später heute heute ist der 12 april 2024 der andreas der sieht wieder ganz entspannt aus der hat gerade versucht hier technisch alles zum laufen zu bringen und in der tat es ist ihm gelungen guten morgen guten morgen liebe eva eins der wichtigen technischen probleme war übrigens unser durstiger hund nämlich gerade noch wasser bringen wollte und das hat auch noch einen augenblick gedauert so wir sind jetzt dabei als es lohnt sich nicht wirklich über das wetter hier zu berichten wir haben einen regnerischen tag und nachdem wir jetzt ein paar wunderschöne sonnentage hatten ab sonntag sind diese tage auch wieder schön vorausgesagt und nächste woche werden wir auch viel sonne haben aber jetzt haben wir eine unterbrechung so ein bisschen nieselregen bisschen grau und der himmel ist bedeckt man sieht den see nur so schemenhaft durch eine ganz dünne nebeldecke hindurch ich bin sicher er changiert dahinter es kann nicht anders sein er muss changieren es ist der silbersee natürlich der changiert und wir sind froh dass wir jetzt hier sind und jetzt können wir loslegen ja es gibt eine aktuelle meldung andreas wärst du jetzt noch in deutschland dann hättest du das große glück dass heute das selbstbestimmungsgesetz beschlossen wurde im deutschen bundestag das bedeutet dass ab dem ersten november 2024 jeder sein geschlecht per sprechakt heißt es offiziell ändern kann und zwar alle zwölf monate das heißt wenn du dann ab dem ersten november sagen würdest du fühlst dich als frau dann darfst du erst wieder zwölf monate später sagen du fühlst dich als trans ja also als ich im ersten moment diesen begriff selbstbestimmungsgesetz gehört habe und da dachte ich man könnte jetzt selbst bestimmen ob man sich eine mrna spritze geben lassen muss oder nicht oder was man essen darf zum beispiel gesunde nahrungsmittel statt füllstoffe von der industrie oder so etwas oder mücken oder sonstiges ungeziefer das hatte ich gedacht dass man daraus so eine unsinnige kampagne macht dass man gegen die naturgesetze jetzt rechtlich verstoßen darf und das mit gesetzlicher genehmigung nach dem motto ich bin zwar als mann geboren und ich will es auch übrigens bleiben aber wenn ich mich als frau erkläre dann hat das anerkannt zu werden daran erkennt man im prinzip wie völlig durchgeknallt diese welt zurzeit ist ja aber so fröhlich wie du lachst so lustig ist es mitnichten denn wenn wir uns mal anschauen was das eigentlich wirklich bedeutet tichys einblick hat das ganz schön auf den punkt gebracht da wird berichtet das gibt es ja schon in einigen ländern schweden großbritannien die niederlande die gelten als vorreiter in sachen selbstbestimmung und damit haben diese länder es jedem mann erlaubt also umgekehrt natürlich auch aber hier wird's pikanter jedem mann ist erlaubt sich als frau auszugeben und sich so zugang zu schutzräumen für frauen zu verschaffen angefangen von der frauensauna über das frauenhaus bis hin zum frauenknast und die vorreiter sehen jetzt ihre fehler ein kehren der reihe nach um in deutschland aber ist es anders da läuft die ampel den irrweg jetzt erst recht entlang und das ganze unter federführung von justizminister marco buschmann von der fdp es gibt widerstand es finden nicht alle toll und zwar kommt der widerstand jetzt von einer gruppe die in den jeweiligen anfangsjahren der parteien spd und grüne zb wichtige stützen für deren politik waren das sind nämlich die sogenannten frauenrechtlerinnen ich vermeide mal jetzt hier den begriff feministinnen und die demonstrieren heute auch oder haben demonstriert vor dem reichtag während drinnen spd grüne und fdp also die berühmte ampel dieses selbstbestimmungsgesetz in der finalen abstimmung durchsetzen konnten andreas man kann sich das kaum vorstellen auch wenn sagen wir mal jetzt man in einem kaufhaus als frau klamotten anprobiert dann kann es sehr gut sein dass sie einem mann begegnet der direkt daneben ist aber wenn sie sagt er ist ein mann macht sie sich strafbar naja also es ist schon wirklich an irrsinn kaum noch zu überbieten also ich gehe ja noch weiter wenn ein männlicher vergewaltiger sich während seines prozesses dann plötzlich zur frau selbst umdeklariert im rahmen seiner freien selbstbestimmung dann kann er wahrscheinlich darauf sogar hoffen oder davon ausgehen dass er dann in den frauenknast verlegt wird wie du es gerade schon gesagt hat ist das heißt ein vergewaltiger geht in den frauenknast und kann da sein unwesen eventuell weiter treiben da können die frauen nicht mal weg laufen es ist ja eine so irrsinnige situation dass kaum noch etwas einfällt das problem ist einfach wir haben uns komplett von den gesetzen der natur verabschiedet und fangen an im prinzip in diesen grundlagen unserer eigenen existenz irgendwelche ablenkungsmanöver umzubauen reinzubasteln um von der irrsinnigen politik einer völlig verfehlten energiepolitik und so weiter und so fort abzulenken das ist die absurdität in tüten es du hast es gerade gesagt ja es ist historisch historisch wenn man die gesamte menschheitsgeschichte anschaut denn so etwas verrücktes hat es wahrscheinlich vorher noch nicht gesehen gegeben vielleicht vor ein paar milliarden jahren wo wir uns nicht zurückerinnern können gab es ähnliche phasen schon mal aber das ganze gipfelt ja jetzt in einer hybris des menschen dass jeder also wenn man mal jetzt nach der bibel geht gott erschuf erst den mann dann die frau diese beiden wesen zur begründung der menschheit klar ohne diese konstellation geht ja auch gar nichts was nachwuchs angeht und jetzt wird alles durcheinander gebracht das heißt man greift in das werk gottes ein ja und zwar wirklich ohne wenn und aber ohne jedwede demut ohne jedem schlechten gewissen weil die dunkelheit und diese dunklen gedanken formen mittlerweile so viele menschen erreicht hat dass sie gar nicht mehr rauskommen wir müssen uns noch einmal klar machen um vor allem eben halt auch die angst rauszunehmen von denjenigen die noch halbwegs gerade ticken derjenige der sich gedanklich mit seinen gedanken formen wir haben oft darüber gesprochen richtig ausrichtet und sagt es ist absoluter bullshit um es ganz deutlich zu machen dass man und frau geschlechter einfach wechselbar sind das ist einfach bullshit an dummheit nicht zu überbieten wenn ich aber tatsächlich saubere reine und zwar schöpfungskonforme gedanken hege dann gebe ich diese gedanken heraus die gehen in den äther ich bleibe selbst mit diesen gedanken formen verbunden man könnte sie quasi sichtbar machen weil gedanken sind nicht feinstofflich sondern grobstofflich das ist so wichtig das zu verstehen und es gibt das an das gesetz der anziehung der gleichart andere gedanken die genauso sind wie meine verbinden sich mit meinen gedanken es entsteht eine gedanken zentrale die immer größer wird und auf die urdenker zurückfällt und selbst wenn der ganze himmel stockdunkel ist mit dunklen gedankengängen und nur ein paar weiße flecken dabei sind zu denen ich gehöre können die dunklen flecken mir nichts antun weil es gegen die anziehung der gleichart verstößt das ist so eine ganz wichtige grundlage dass man keine sorge haben muss dass wenn man richtig steht die konsequenzen der dunkelheit mitzutragen hat wir reden dann auch eben von der wechselwirkung was der mensch sät wird er vielfach ernten damit ihr hört wie diese abstimmung heute im bundestag ausgegangen ist die union also cdu csu die afd und das bündnis sarah wagenknecht haben das gesetz abgelehnt 374 abgeordnete stimmten dafür 251 dagegen und 11 haben sich enthalten ja was soll ich dazu sagen der irrsinn hat eben halt eine übermacht ja die ampel ist dabei solange sie noch am ruder ist alle gesetze die sie sich einst in den kopf gesetzt haben durchzupeitschen die heutige sendung ist fast ein einziges beispiel dafür wie im gegensatz zu anderen ländern in deutschland im moment die sache auf die spitze getrieben wird also wenn man argumentiert hier zum beispiel bei den gegnern also diese frauenrechtlerinnen da zum beispiel bei frauenheldinnen oder andere gruppen die haben auf der seite der ruhebarone so heißt diese webseite erklärt warum sie sich gegen das gesetz aussprechen dieses gesetz verletze die schutzräume für frauen gefährde die meinungsfreiheit und die rechtssicherheit und die frauenheldinnen die schildern fälle von vergewaltigern die zum beispiel sich in schottische frauengefängnisse verlegen lassen wollten und von männern die frauen sport ad absurdum führen in denen sie dort die realität der biologie über das wunschdenken der ideologie siegen lassen oder auch von spanischen offizieren ist die rede die sich haben als frauen eintragen lassen ohne auch nur den namen oder das aussehen zu verändern und wer das offen ausspricht auch was du jetzt gerade alles erzählt hast andreas ja das geht gar nicht denn man muss wenn man auf solche fehlentwicklungen hinweist mit abmahnungen rechnen und mit ermittlungen gegen volksverhetzung mit diesem selbstbestimmungsgesetz werden strafen möglich von bis zu 10.000 euro und damit so steht es hier bei tichy eröffnen spd grüne und fdp also die ampel nun endgültig die jagd auf frauen die für ihre rechte einstehen wollen ja es ist wirklich unglaublich und vielleicht noch mal zu dem begriff der ampel die fdp spielt da ja eine ganz unrühmliche rolle weil es geht entweder um rot oder um grün und die fdp die versucht ja intern so ein bisschen zu argumentieren sie versuchen noch ein bisschen vernunft in dieser ampel zu halten aber gucken wir uns eine ampel in einer verkehrssituation einfach einmal an das hat neulich irgendjemand in einem vortrag gesagt das fand ich sehr interessant ich glaube es war marcus krall eine ampel die irgendwo in einer stadt im verkehr steht die steht entweder auf rot oder sie steht auf grün nur ganz kurz zwischendurch flackert gelb auf nämlich dann wenn sie umspringt das heißt gelb spielt keine rolle es ist eine rot grüne politik und keine ampel politik und die gelben haben nur ein flacker licht und wenn sie sich damit versuchen rausreden zu wollen weil sie dann eben halt ein wichtiges gegengewicht gegen den unsinn der ampel dann bieten wollen dann ist das natürlich dummes zeug und das ist auch der grund warum jetzt nicht nur die spd abschmiert und mittlerweile eine vergangene partei ist die ihre eigenen wähler der arbeiterklasse verhöhnt und verachtet sondern auch die gelben mit ihrem liberalismus die komplett versagen übrig bleibt einer ein grüner extremistischer ideologistischer grundkonsens und der im prinzip mit einer mit einer mit einer mit einer wählerquote von ich war 14 prozent glaube ich hatten die gehabt 14,8 prozent die also qua und eine partei werden schon mal drüber gesprochen mit 125.000 mitgliedern wobei die meisten natürlich passiv sind 125.000 mitglieder hat die gesamte grüne partei weniger als wir abonnenten haben und die diktiert die geschicke von über 80 millionen menschen irre ja ich danke dir ich merke da gehen wieder die gäule mit dir durch bei diesem thema es gibt aber auch gutes zu berichten nämlich genau die vorreiterländer wie zum beispiel die niederlande die haben das selbstbestimmungsgesetz inzwischen gestoppt die britische gesundheitsbehörde national health service hat die behandlung von kindern mit pubertäts blockern untersagt denn das gehört auch alles in diesem bereich selbstbestimmungsgesetz schweden hat ebenfalls ein selbstbestimmungsgesetz gestoppt finnland norwegen dänemark und frankreich haben irrtümer im umgang mit der selbstfestlegung des geschlechtes eingeräumt nur die ampel die macht unverdrossen weiter andreas wir kommen zu dem nächsten thema zu alena büx ich weiß jetzt muss ich die langsam die beruhigungspille geben weil das ist dann wahrscheinlich heute zu viel die hat sich wieder zu wort gemeldet das ist ja die vorsitzende des deutschen ethikrates und sie hat sich jetzt erklärt zur ikone der krone aufarbeitung sie hat sie hat bei mdr aktuell am montag erklärt dass sie an der spitze der aufarbeitung stehe und mit der formel aufarbeiten lernen heilen renne sie bereits seit drei jahren rum das ist oton und das politische maßnahmen nun schärfer in den blick genommen werden das geht frau büx aber denn doch zu weit wörtlich sagte sie in diesem ende mdr interview was mir so ein bisschen fehlt das ist dieses heilen ich glaube dass wir eine enorme krise hinter uns haben die uns als gesellschaft ja auch verändert hat durch die vielen krisen die direkt danach kamen krieg inflation und so weiter nicht so richtig zeit hatten da mal inne zu halten und das fehle uns jetzt so ein bisschen sagt frau büx also in sachen aufarbeit gehe ihr gremium mit gutem beispiel voran das glaubt sie auch ja das glaubt sie wohl tatsächlich also man muss einfach eines sehen dass hier die panik bei den menschen ganz eindeutig überwiegt auch bei der frau büx die jetzt versucht vor der juristischen verantwort auszubüxen und das ist genau das hauptproblem was ich jetzt gerade sehe das heißt sie versucht jetzt im prinzip mit allen möglichen wischi waschi methoden zu sagen nach dem motto wir waren damals in einer besonderen notsituation das ist ja die nummer die sie versuchen hochzuziehen immer weiter und wir haben entschieden nach besten wissen und gewissen dem ist nicht so wir wissen heute anhand der rki files dass sie bescheid wussten oder zumindest bescheid wissen konnten und von dem haben sie kein recht gemacht und dummheit schützt vor strafe nicht und wenn dann entscheider die die politische politische geschehen maßgeblich beeinflussen dann letztlich solche zerstörerischen merkmalen mit vielen unternehmen die in die pleite gegangen sind mit vielen arbeitslosen mit vielen schwerkranken mit vielen vielen toten und wenn die mit zu verantworten sind von den entscheidern wieder besseren wissens also bedingt vorsätzlich oder zumindest grob fahrlässig nächstes war vorsatz bald die die hammer and dance papiere geben ja ganz klar vor wie es ist dann sehen wir hier auch wie dieses schwache im prinzip versuchen wegzukommen eben halt hier zu erklären ist apollo news schreibt büx war eine der vehementesten befürworterinnen einer corona impfpflicht und forderte früh die durchsetzung von 3g maßnahmen außerdem erklärte sie dass man die corona maßnahmen schrittweise hoch eskalieren müsse eine gefahr für die demokratie gehe vor allem von verschwörungsideologischen erzählungen aus die seit beginn der pandemie starken zulauf erfahren hätten und frau büx betonte ebenfalls mehrfach dass die corona krise von demokratie skeptikern ausgenutzt wurde um das vertrauen in den staat zu untergraben und die bestehende ordnung zu schwächen ich habe mir jetzt doch noch mal ein bisschen mühe gemacht und bin in die tiefen der recherche gestiegen habe sie mir noch mal ein bisschen genauer angeschaut und bin dann an der einen oder anderen stelle ihres lebenslaufes etwas stutzig oder um es mit ihren worten zu sagen ein bisschen stutzig geworden sie war die alena büx von 2009 bis 2021 also genau die erste heiße phase der corona zeit bei der who tätig ihr aufgabengebiet lautete bearbeitung des menschlichen genoms jetzt umfasst ihre gesamte forschungstätigkeit den bereich der biomedizinischen und public health ethik also der öffentlichen gesundheits ethik besonderer schwerpunkt auf der ethik medizinischer innovationen und gesundheitstechnologien fragen der solidarität und gerechtigkeit in kontexten wie public health spannend sie ist 2016 ja schon mal beim deutschen ethikrat gewesen also ihre laufbahn sah so aus 2016 bis 2009 10 da war sie in den deutschen ethikrat berufen worden vom bundesministerium für bildung und forschung bzw auf dessen vorschlag hin da hat sie bis 2009 10 die arbeitsgruppe zu eingriffen in die menschliche keimbahn geleitet dann wurde sie abberufen oder vorbereitet auch was auch immer und in die who berufen da war sie also mitglied jetzt werden wir ein bisschen genauer war sie mitglied des who expert advisory committee on developing global standards for governance and oversight of human genome editing zu deutsch beratender sachverständigen ausschuss zur entwicklung globaler standards für die steuerung und überwachung der bearbeitung menschlicher genome naja und das ist natürlich eine recherche die eindeutig einen verdacht nahe legen muss der hier wieder einer juristischen prüfung natürlich vorbehalten sein muss und deshalb verstehe ich eine frau büchs natürlich auch dass die sich dagegen wehrt und will das ganze emotional regeln noch mal von 2019 bis 21 war sie mitglied der who wir wissen dass im oktober 2019 im dies große manöver für die corona in für das szenario aufgebaut wurde unter der leitung unter anderem mit von bill gates wissen wir heute alle so und dann sind die dinge dargestellt worden und dazu sehen wir ihre expertise und ihre ganz klare abrichtung genau in diesem fachgebiet genome und veränderungen der genome und so weiter und dann ihre klaren statements im rahmen dieser situation also wenn das nicht irgendwie einen verdacht nahe liegt weiß ich nicht was vielleicht noch mal zur frage was ist überhaupt ein genom das genom ist ja also quasi auch erbgut wird das ja genannt oder erbmasse eines lebewesen oder ist eines oder ein virus beispielsweise ist die gesamtheit der materiellen träger der vererbbaren information einer zelle oder eines virus partikels beide haben also genome aber sie war ja für die menschlichen genome zuständig naja gut aber chromosomen das ist im prinzip die desoxyribonukleinsäure das ist die sogenannte dna oder dns die sind also im prinzip auch bei rna viren bei denen dann rna anstelle von dna so heißt das denn in schlau als informationsträger dient im abstrakten sinne versteht man darunter auch die gesamtheit der vererbbaren information eines individuums und darum geht es jetzt das geht also quasi um den eingriff in die erbinformationen von zellen von menschen in diesem fall und da war sie aktiv mit dabei das umsetzen zu wollen nämlich in form einer impfpflicht in form von 3g regeln um damit die impfbereitschaft zu erhöhen und so weiter also hier liegt für mich der verdacht eines funktionärs im raum der dringend einer juristischen überprüfung bedarf bedürfte wenn man an einer aufklärung interessiert wäre aber ich finde eben auch diese zusammenhänge besonders spannend und sie ist dann in den deutschen ethikrat gekommen am 28 mai 2020 parallel sozusagen dazu sie wurde übrigens im jahr 2020 also diese zeit das war ihr sprungbrett in die ganz große weltkarriere wurde sie in der sektion wissenschaftstheorie in die nationale akademie der wissenschaften leopoldina gewählt ja und leopoldina ähnlich wie rki bitte geht mal rein in google und schreibt einfach mal rein leopoldina drittes reich entschuldigung aber das muss einfach mal gemacht werden um mal die geschichte der leopoldina das kann man übrigens auch mit dem rki machen findet man noch ganz offen in wikipedia wir haben es natürlich auch archiviert aber unterm strich gesehen ist das eine ganz heikle geschichte und wenn man das ganze in diesem gesamtkontext sieht mit diesem persönlichen lebenslauf von der frau büchs in verbindung mit diesen funktionen kurz bevor die corona-aktion umgesetzt wurde aus meiner sicht generalstab mäßig dass man sie in bestimmten funktionen dann entsprechend eingesetzt haben könnte das ist der verdacht und dieser verdacht müsste geprüft werden nun ist ja uns allen aufgefallen dass die who die ja einstmals sich für die gesundheit auf dem planeten ja zur verfügung gestellt hat im auftrag von wem auch immer dass die ja jetzt ihr arbeitsgebiet auf das thema klima ausgeweitet haben und da scheint frau büchs auch ordentlich mitzumischen denn da hatte ich einen artikel von 2021 gefunden und der lässt durchblicken was wir von ihr in sachen klima erwarten können wenn die maßnahmen jetzt mit diesen neuen gesetzen kommen wir auch gleich noch zu weiter angezogen werden sie hat im september 2021 als ethikrat vorsitzende angekündigt sich mit der bevorstehenden neuen ampel regierung die waren damals noch nicht im amt in die essgewohnheiten der menschen einmischen zu wollen denn essen das war ihre aussage ist nicht nur privatsache das hat damals geschrieben die deutschen wirtschaftsnachrichten in einem interview mit dem ernährungsmedizin blog hat sie wörtlich gesagt ich trage euch das kurz vor es ist nachvollziehbar dass man den staat nicht mit am tisch sitzen haben möchte das ist ein wichtiger bereich der privaten lebensführung aber so eine undifferenzierte position steht im widerspruch zur multi akteurs verantwortung es ist eben nicht nur privatsache was ich esse denn meine ernährung hat auch viele effekte nach außen hin krankheitskosten soziale kosten ökologische kosten also klimakosten und so weiter und diese werden von der gesellschaft getragen richtig und da gibt es dann eben halt keine selbstbestimmung bei dem menschen der selbst entscheiden kann welche risiken er in kauf nimmt und auch welche risiken er anrichten könnte sondern das macht man dann eben halt in solchen sachen wie einer geschlechtsbestimmung ich möchte noch mal kurz zu den leopoldinern eingehen wo sie ja die frau büchster ihre kontakte hatte die sind also im dritten reich gerade im bereich der euthanasie hervorragend aufgetreten hervorragend nicht im sinne von gut sondern hervorragend es ragte hervor ist eine ganz heikle geschichte und die leopoldina sich mittlerweile immer noch ich denke hier an 19 an 2021 da haben die leopoldina zum beispiel empfehlung zum assistierten suizid abgegeben also auch das in zeit online wird das übrigens sogar veröffentlicht also es handelt sich hier um eine aus meiner sicht und das darf ich ja sagen äußerst skurrile unternehmensform oder aktivisten form dieser leopoldina und wie wir mittlerweile wissen ist es ja beim rki fast ähnlich anzusehen nicht nur wegen der geschichtlichen dinge die kann man genauso forschen sondern auch vor allem der politischen abwicklungsmechanismen die sie an den tag gelegt haben auf die geschichtsbücher von morgen bin ich gespannt und in diesem kontext also wenn wir sehen dass nicht nur jem öztemir der landwirtschaftsminister jetzt das fleischteurer macht machen will und auch wird mit sicherheit damit die leute davon weniger essen nicht nur öztemir und alena büx sind sich einig sondern gestern wurde im bundestag die ernährungsstrategie der bundesregierung kontrovers debattiert während die opposition den vorschlag als bevormundung der bürger ablehnt sieht auch die ftp breite teile der strategie kritisch das ist ja auch wieder so eine sache andreas das hattest du schon mal angesprochen dass spd und grüne einerseits die ftp das flackernde gelbe lichtlein andererseits dass die sich ja immer gegenseitig zum good guy und bad guy zu erklären scheinen und so mit bisschen widerspruch und öffentlicher debatte ihre diskussionen in die richtung lenken wo sie gern hin wollen scheindebatten sind das natürlich man versucht demokratie zu spielen das muss man wissen es gibt keine demokratie und es gibt auch keine rechtsstaatlichkeit mehr so wie man sich einen rechtsstaat oder demokratie vorstellt sondern es gibt ein schauspiel von rechtsstaatlichkeit und von demokratie politiker beispielsweise die dann in der diskussion zwischen extrem und ultra extrem nur noch zu unterscheiden sind und der normalbürger mit seinem gesunden menschenverstand seine meinung ja überhaupt nicht mehr wiederfindet das ist eins der hauptprobleme was wir hier halt haben und so funktioniert das ganze wenn wir dann wissen dass diese politiker mit ihrem agenda auftritt und ihrer zu vermutenden abhängigkeit von anderen kräften und mächten die man hier als verdacht äußern muss wenn wir das daneben halt sehen dann merken wir natürlich auch dass diese leute einfluss auf die juristerei auf die justiz haben und aus diesem grunde wird das ganze dann irgendwann ein geschlossenes system das ist das was man dann als den großen sumpf bezeichnet ja und ja also was ist diese ernährungsstrategie der bundesregierung man plant die ernährung gesünder vielseitiger und ökologischer zu gestalten ökologisch heißt immer klima klimakrise klimawendepunkt klimakipppunkt muss alles anders werden im vordergrund stehen hier unter anderem also da will man hin und da möchte man zunächst als erstes eingreifen die gemeinschaftsverpflegungen in krankenhäusern schulen kitas pflegeheimen betriebs kantinen soziale einrichtungen da sollen mehr obst und gemüse weniger fleisch weniger zuckerhaltige lebensmittel zum zuge kommen ich meine andreas es hat ja niemand etwas dagegen wenn man empfehlungen hinweise gibt immer wieder und vielleicht auch mal ein paar medien aktionen startet gerne mit prominenten protagonisten die sagen kinnings esst ein bisschen mehr gemüse ist gesünder bisschen weniger fleisch aber das sind ja jetzt eingriffe wo man gesetze erlässt und sagt ihr dürft nur noch so viel fleisch in der woche anbieten naja das sind übergriffe das sind ermächtigungen gegenüber dem privaten menschen dem individuum nämlich zu sagen man kommt jetzt auf gemüse und weniger fleisch und hat das ganze noch unter diesem humanen aspekt aber es läuft ja darauf hinaus dass es irgendwann 3d drucker essen gibt und irgendwann eben halt essen von irgendwelchen mücken oder sonstigen ungeziefer das ist das problem und genauso wie sie sich jetzt hier aufspielen als diejenigen die die welt retten das ist dasselbe wie frau büx die ich so ein bisschen sehe in der funktion eines forschers in einem sumpf die jetzt dafür zu sorgen hat dass der sumpf trocken gelegt werden soll also du hast es gerade gesagt dieses 3d fleisch das künstliche fleisch das ja jetzt schon im umlauf ist man möchte ja auch gemüse aus dem 3d drucker herstellen auch da ist man schon dran beziehungsweise auch mrna geimpftes gemüse und wenn diese herrschaften die ja selber die entwicklung von mrna impfungen mit begleitet haben wie dann auch frau büx bei der who offenbar wenn die dann sagen aber nur das ist noch gesund und ihr müsst mrna geimpftes gemüse und mrna geimpftes fleisch essen dann werden das gesetze und das ist dann allerdings eine richtung die sehr fragwürdig ist ja nicht nur fragwürdig sondern die ist totalitär und ich wundere mich selbst darüber wenn ich uns manchmal zuhöre wie sich in den letzten jahren unsere argumentation in der härte verschärft hat das hängt einfach damit zusammen dass man erkennt welche ohnmacht noch vorhanden ist bei so vielen menschen aber auch auf der anderen seite noch mal ganz viele menschen immer wacher werden und genau da liegt nicht die hoffnung sondern da liegt die prognose die prognose nicht hoffnung ich bin keiner der auf hoffnung baut die prognose ist dass dieser kenntnisstand sich dramatisch zu den gunsten zugunsten der normalen menschen entwickeln wird und dann genau dieses lügengebäude vor dem wir hier stehen zum einsturz bringt ja also ihr habt das ja viele von euch sind ja lange schon dabei über vier jahre wir sind im fünften jahr ich freue mich sehr wir unsere abonnentenzahl steigt ganz langsam das ist übrigens auch euch mit zu verdanken weil natürlich ihr der multiplikator seid und diesen kanal weiter empfehlt vielleicht auch aus eigener überzeugung weil das eine oder andere einfach ein bisschen früher klar wurde und wir sehen es jetzt gerade wir haben auch gerade privat wieder mit menschen zu tun die opfer dieser spritze geworden sind die wirklich verzweifelt sind und gesagt haben wir sind doch gezwungen worden sonst hätten wir unsere verwandten nicht besuchen dürfen und und jetzt selber unter den folgen dieser spritze leiden ihr lieben wir müssen in der aufklärung bleiben und nicht mit dem erhobenen zeigefinger wir bemühen uns ja ja auch immer das möglichst salopp vorzutragen ohne jemandem vorzuschreiben was er zu denken hat es ist sehr wichtig dass jeder selber denkt und die fakten für sich zusammenträgt in die eigene recherche geht um sich ein eigenes bild aus tiefer überzeugung zu machen aber ich denke mal es ist wirklich doch die aufgabe eines jeden der ein bisschen mehr inzwischen weiß was sich ja auch bestätigt hat dass er in die aufklärung mit hinein geht wenn er mit menschen zusammen trifft die offen sind bitte nicht zwingen nicht mit dem kopf auf die tischkante hauen und sagen darüber müssen wir jetzt reden sondern in einem offenen gespräch durch fragen vielleicht anregen ja und wir werden uns auch nicht dazu hinreißen lassen hier in täter opfer mustern zu argumentieren denn es gibt immer zwei einer der den der die straftat eventuell oder eben halt das dunkle ausführt und ein anderer der die straftat oder die dunkelheit auch annimmt in irgendeiner form oft durch unwissenheit oft durch unvorsichtigkeit durch trägheit oder was auch immer und deshalb geht es darum wie ist die zukunft und wer jetzt sich versucht immer mehr zu öffnen wieder für die freiheit und zu versuchen auch diese dinge wie die rki files die ja offenbar für eine weltpolitik insgesamt sprechen es geht nicht nur um corona es geht um krieg es geht um klima und all diese dinge und wir sehen anhand der rki files wie gearbeitet wird daraus können wir ableitungen ziehen und wenn wir da dran bleiben dann sollten wir nicht versuchen ein falsches weltbild zu verteidigen an dem ich geglaubt habe weil man kann manchmal durch seine viele arbeit und seine aufgaben sich nicht um alles kümmern so wie wir das können das ist hier unser beruf mittlerweile oder unsere berufung um es noch besser auszudrücken sondern man kann dann eben halt sagen ich bin dankbar dafür dass ich jetzt mein weltbild nachjustieren kann und eventuell sogar auf den kopf stellen muss weil das bedeutet für mich auch zukunft ja und vor allem an jeder entscheidung werden wir eines tages gemessen das heißt bevor man irgendeiner einem aufruf aus politik und medien blind links folgt sollte man dreimal überlegen ob man das tut ja das ist jetzt schon wieder hass und hetze hier von unserer seite wenn es nach nancy faeser und ihren neuen gesetzen geht aber wir müssen solange es geht über die dinge reden andreas und es hört ja auch nicht auf mit diesen verrückten ideen auch innerhalb der eu man also wissenschaftler die sich kritisch äußern die sind raus die sind ja diskriminiert worden denunziert worden die sind enteignet worden zum teil ich denke mal an professor hockertz aber auch viele andere die geflohen sind aus deutschland wie bodo schiffmann die sind also alle in die schmuddelecke geschoben worden dafür sorgen dann schon die haltungsjournalisten im mainstream auch eine so hinterfragenswerte und würdige haltung und jetzt gibt es neue fakten nämlich am mittwoch dem 10 april vorgestern hat das eu-parlament in brüssel für eine einigung mit den nationalen regierungen über ein neues zertifizierungssystem für die entnahme von co2 gestimmt was bedeutet das also ist schon ganz interessant also man spielt das spiel einfach weiter mit diesen neuen regeln wird jetzt ein register für zertifizierte einheiten von co2 eingerichtet das heißt man schafft damit einen bewertungsmaßstab um industrielle oder natürliche prozesse zu berechnen jetzt kommt wenn es um die entfernung von co2 aus der atmosphäre geht man will also co2 aus der atmosphäre herausholen die hybris kennt ja keine grenzen man will also offenbar einen neuen wenn aus meiner sicht auch unsinnigen markt für abgeschiedenes co2 schaffen und den akteuren unternehmern zum beispiel damit anreize bieten atmosphärisches co2 zu entnehmen und dann zu speichern also viel geld welches investiert wird in irgendwelche unsinnigen maßnahmen zulasten natürlich der realwirtschaft die grundfrage nach der sinnfreiheit ist ja überhaupt nicht mehr zu stellen und diese politik erinnert mich hier auch wieder an die rki files und deren damit verbundenen entmachtung der seriösen wissenschaft um die macht der kapital sammelbecken nämlich zu erhöhen also der sogenannten philotropen philantropen die sich dann die ngos wie die weho dann zum beispiel halten damit sie dann namentlich natürlich nicht selbst auftauchen müssen also wenn ich hier höre register für zertifizierte einheiten von co2 da kommt mir irgendwie gleich auch dieses social credit system in den kopf denn das ist ja das wonach zum beispiel in china vieles eingeordnet wird dass man sozusagen diese einheiten auch nicht übersteigen darf ansonsten egal kommen wir mal zu der abstimmung zurück die führende eu-abgeordnete für dieses dossier die heißt lydia perera und die zeigte sich hoch erfreut sie sagte sie sei wörtlich begeistert zu sehen dass landwirte jetzt eine zusätzliche einnahmequelle aus der co2 abscheidung haben könnten und in einem aktuellen artikel schreibt euraktiv das portal dazu die eu-gesetzgeber erzielten in den frühen morgenstunden am dienstag den 20 februar eine politische einigung über den vorschlag zur einrichtung des weltweit ersten registers also kein anderer das sonst auf der welt nur die eu des weltweit ersten registers für zertifizierten co2 abbau durch ökologische anbaumethoden und industrielle prozesse die eu-kommission hat das ziel vorgeschlagen die treibhausgas emissionen bis 2040 um 90 prozent gegenüber dem stand von 1990 zu senken um dieses ziel zu erreichen müssten nach ihrer schätzung 280 millionen tonnen co2 äquivalent abgeschieden werden ja die paradoxen die alleine darin stehen die sind ja schon kaum noch zu beschreiben das wäre ja schon wieder eine sondersendung landwirte zum beispiel sind diejenigen die durch den normalen landwirtschaftlichen anbau natürlich biologisch bevorzuge ich auch ganz klar dann muss man sie besser bezahlen das könnte man auch regeln denn eine landwirtschaft ist der beste co2 speicher überhaupt weil nämlich das co2 in die pflanzen hineingeht und damit quasi in den boden kommt also es sind aber immer dieselben muster der darstellungs versuche um die menschen dann im schwitzkasten der angst zu halten weil zum beispiel köln bedroht sei eine küstenstadt zu werden wegen des steigenden meeresspiegels wissen wir ja das haben wir alles schon gehabt wenn es nicht alles so absurd wäre dann könnte man darüber lachen es geht aus meiner sicht darum hier die bauern die für die ernährung der menschen in ihrer region zuständig sein sollten nämlich nach dem regional prinzip wir sind wieder bei dem thema mit unsinnigen pseudomärkten nämlich co2 speicherungen die eine hohe rendite versprechen natürlich übrigens auf kosten der steuerzahler und damit sollen dann die landwirte von ihrer ureigenen aufgabe abgelenkt werden das ergebnis wird dann eine weltweite hungersnot sein das kann man einfach hochrechnen die man heute quasi schon einleitet um dann industriell die nahrungsmittelproduktion auf bestimmte industrien umzustellen dann sollen aus meiner sicht alle menschen von diesen monopol strukturen abhängig sein um überhaupt noch an ich sag mal über lebensmittel heranzukommen oder besser gesagt die produzierten füllstoffe da sind wir wieder bei den 3d druckern und der basis von ungeziefer pöseste verschwörungen die ich hier höre nein verdacht verdachtsmomente ok also ihr seht ich halte es für spekulation das kann ja gar nicht sein das glaube ich nicht dass die sowas vorhaben und so böse werden jetzt habe ich das glaube ich entkräftet aber trotzdem das ganze wird ja noch ausgestattet mit einer art pseudo seriosität und man hat das gefühl dass einem ganz ernste diskussionen vorgespielt werden mit denen man oder in denen man dann um die richtigen entscheidungen ringt man darf in frage stellen ob das so ist dass wirklich echte kritiker zu wort kommen wahrscheinlich eher nicht also eure aktiv schreibt dazu die umweltverbände die reagierten mit skepsis der referent für landwirtschaft und klima beim europäischen umweltbüro matthieu mal der wies auf die fragezeichen und roten flaggen des neuen gesetzes hin und erklärte dass die art und weise wie die vorschriften umgesetzt werden darüber entscheiden würden ob das neue gesetz zu einem instrument für greenwashing werde das letztlich die klimaschutzmaßnahmen weiter verzögere also mit anderen worten wir müssen hier mit maximaler härte die klimamaßnahmen umsetzen und es könnte sein dass das immer noch nicht reicht und hier haben wir wieder genau dieses muster der angeblichen diskussion zwischen den meinungen der wettbewerb der ideen und so weiter also demokratisch angeblich so funktioniert das system man spielt dann eine kritik vor die aus einer ecke kommt die noch extremistischer ist als die gesetzgeber es selbst wollen eine echte kritik an der ganzen klima story die man hier aufgebaut hat kommt überhaupt nicht zu wort der normale bürger der diesen ganzen unsinn liest findet damit auch seine eigene empfindung überhaupt nicht wieder und das irritiert natürlich man glaubt dann man ist irgendwie falsch das system gibt also quasi immer zwei alternativen form zurzeit zum beispiel entweder extrem linke sozialistische maßnahmen oder ultra extremistische links sozialistische maßnahmen und der normale bürger findet seine eigene intuition seine empfindung gar nicht mehr wieder und neigt dann dazu das geringere übel zu akzeptieren das ist das perfide spiel so und genau unter diese überschrift fällt auch das nächste thema das haben wir gestern schon eingestellt heute gibt es da noch einen drauf von bundesverkehrsminister volker wissing von der fdp als ich es gestern gesehen habe habe ich erst gedacht da muss ein fehler vorliegen aber es ist kein fehler was in der deutschen ampel diskutiert wird also die bild hat aufgemacht mit der schlagzeile dramatisches dokument von verkehrsminister wissing deutschland drohen fahrverbote an allen wochenenden alle deutschen werden betroffen der wirtschaft droht totales chaos so schreibt sie bild und dann wird es also konkret letzte warnung von verkehrsminister volker wissing an die fraktionschefs der ampelkoalition wenn das klimaschutzgesetz nicht beschlossen wird drohen in deutschland bundesweit fahrverbote auf allen straßen an allen wochenenden man muss es wiederholen weil sonst denkt jeder es ist ein irrtum und er hat einen brief geschrieben an die fraktionschefs von spd grünen und fdp und da heißt es der kabinettsbeschluss zur novellierung des bundes klimaschutzgesetzes liegt nun bereits mehr als neun monate zurück dass die novelle nach wie vor nicht in kraft sei dass so herr wissing führe zu erheblichen rechtlichen und tatsächlichen unsicherheiten die weder dem klima noch dem ansehen der bundesregierung dienten wir gehen da gleich weiter rein der mund ist bei dir inzwischen wieder zu du kannst was sagen ja also herr wissing das ist ja auch eine ganz interessante größe das ist ja einer von der flacker partei der ampel der gelben und der man sieht eben dass er einfach nur ein steigbügelhalter der rot-grünen ideologie geworden ist das ist das was da letztendlich hinter steht aber hier heizt er doch ein ein naja er macht im prinzip druck dass dieses gesetz durchkommen mag und das ganze ist aus meiner sicht auch so ein so ein extrem beispiel wie man versucht irgendwie eine regelung durchzubekommen damit rot-grün dann nämlich die möglichkeiten haben mit dieser neuen regeln die durchgesetzt werden sollen nämlich um den leuten dann zu versprechen dann dürft ihr samstags sonntag erst mal weiterfahren sofern strom ist und die meisten mit strom erfahren müssen egal also da wird es dann eben halt schon schon ziemlich eng ich glaube mal er will das durchsetzen weil dann rot-grün die möglichkeit hat mit aller macht neue sonderschulden aufzunehmen und die republik noch weiter in den ruin zu treiben um damit eben halt ihren grünen klimabahn weiter durchzusetzen aus den vergangenen jahren haben wir eins gelernt die abstrusesten ideen die als fette verschwörungstheorien durch die lande gejagt wurden die fanden ihren anfang immer in solch verrückten aussagen einzelner protagonisten oder politiker und alle haben den kopf geschüttelt und irgendwann wurde das realität also wenn ich sowas lese gehe ich inzwischen nicht mehr darüber hinweg und sagt das ist doch mumpitz sondern ich rechne damit dass sie sich genau diese ziele vornehmen nein das ist natürlich auch kein mumpitz anfang der 70er jahre ich glaube 1973 hatten wir das auch da durfte man dann keine autos fahren samstag sonntag gab es sonntag gab es sonntagsfahrverbot und dann hieß es okay es dürften nur die mit einem geraden kennzeichen am ende des nummernschildes und ein ungerades also fünf ist ja ungerade sechs ist eine geradezahl und dann konnte man dann eben halt dann fahren also nur in bestimmten deshalb waren manche leute froh wenn sie zwei autos hatten eins mit einem geraden und einem ungeraden kennzeichen je nachdem konnten sie denn fahren also die absurdität ist ja nicht neu wir haben nur ein problem das ganze findet im moment einer schlachtreif schießung der gesamten ökonomie statt quasi nochmal obendrauf und das ist das hauptproblem also noch ein bisschen zum hintergrund hat die bild hier auch dargestellt durch die reform des gesetzes soll es künftig nur noch ein gemeinsames ziel der bundesregierung zur reduzierung des treibhausgas ausstoßes geben bislang nämlich hat jedes ministerium seine eigenen vorgaben ja und zwar normalerweise sogar regional das nennt man übrigens demokratie und da gibt es eben halt den föderalismus der föderalismus sagt dass demokratie das gegenteil ist von zentraler steuerung die eu ist per se undemokratisch die un ist undemokratisch selbst die bundesrepublik ist undemokratisch und zwar dann wenn sie übergeordnet sind den einzelnen ländern gemeinden oder sonstigen dingen das ist ein ganz entscheidender punkt und es ist extrem wichtig dass jedes einzelne ministerium in jedem bundesland eigene entscheidungskompetenz hat und diese kompetenz oberhalb der bundesrepublik in berlin steht das hat ja frau merkel damals auch geschafft in der corona politik mit einem federstrich war klar die bundesregierung entscheidet und nicht die länderschefs die dramatische warnung von verkehrsminister wissing lautet sofern das gesetz nicht vor dem 15 juli diesen jahres in kraft tritt sei sein ministerium verpflichtet ein sofortprogramm vorzulegen um die einhaltung der jahres emissionsmengen des sektors verkehr bis 2030 sicher zu stellen eine entsprechende reduzierung der verkehrsleistung wäre nur durch restriktive und der bevölkerung kaum vermittelbare maßnahmen wie flächendeckende und unbefristete fahrverbote an samstagen und sonntagen möglich und weiterhin würde die maßnahme laut wissing zu einer erheblichen beeinträchtigung des tourismus führen tagestouristen könnten an wochenenden unser land wörtlich nicht mehr mit dem auto erreichen wodurch erhebliche wirtschaftliche schäden entstünden also auf der ganzen welt werden zurzeit kohlekraftwerke gebaut atomkraftwerke gebaut mit der energie wird gehaust wie sonst was die rohstoffe werden verbraucht lediglich deutschland begeht quasi einen ökonomischen suizid mit dem argument wir sind die besseren menschen weil wir verhindern damit eine klimakatastrophe die mehr als umstritten ist diese klimakatastrophe noch einmal und wenn man diese zusammenhänge erkennt die umstrittenheit der klimakatastrophe der sogenannten und die ganz klare eliminierung von gegenstimmen die nämlich genau das auch behaupten und auch belegen wollen ob sie es können es kommt keine diskussion zustande das zeigt mir dass es sich ganz klar um einen ökonomischen krieg gegen deutschland handelt herr wissing hat gestern wohl eine menge gegenwind erfahren dann hat er sich heute dazu noch mal geäußert im deutschland funk und hat erzählt dass er also sein ministerium ausrechnen lassen hatte ob ein tag verzicht autofahren ausreichen würde aber das würde nur die hälfte bringen so dass wörtlich wir zwei tage die woche dauerhaft und unbefristet verzichten müssten das dürfe man nicht länger schönreden sagt er und wörtlich hat er im deutschland funk gesagt ich habe den bürgern die wahrheit gesagt 22 millionen tonnen einsparung erreicht man nicht mit einem tempolimit oder sonstigen maßnahmen so große mengen kann man nur mit dem verzicht auf das auto und den lkw einsparen also mir fällt hier wieder ein der gute alte franz josef strauß der irgendwann gesagt hat man muss sich diese figuren einfach nur einmal ansehen und das ist eine meiner lieblingsbeschäftigung da nehme ich ein bild von herrn wissing auf das als foto auf oder frau büx meine lieblingsbeschäftigung und zieht diese gesichter ganz groß auf den bildschirm und dann versuche ich mal zu lesen wie sie so ticken und dann frage ich mich sind das wirklich sachliche entscheidungen die hier eine rolle spielen oder ganz andere faktoren ja und wenn du dir die bilder eine ganze weile anguckt hast du natürlich wahnsinnig viel schon verändert in der welt das bringt ja gar nichts mehr wieso meinst du das ja ja also ich meine ich meine das ist eine maßnahme für einen selber vielleicht aber das sind ja hier dinge andreas normalerweise müsste doch ein aufschrei durch die gesellschaft gehen vielleicht habe ich übersehen vielleicht habe ich nicht lange genug gesucht aber ich habe nichts gefunden du hast ja völlig recht aber unsere zuhörer sind ja nun wirklich nicht erkenntnis resistent sondern unsere zuhörer die beschreiben und sie schreiben uns ja auch mails geben uns informationen geben uns auch viel feedback und auch vor allem auch viele informationen die für uns wichtig sind die wir hier mit einbauen können und an der stelle noch einmal ganz herzlichen dank für die leute die uns da immer wieder informationen zukommen lassen die für uns so wichtig sind und daran erkennen wir dass diese erkenntnis für uns natürlich alle klar ist und wir sind ja alle daran und sind in einer art widerstand des inneren widerstehens das ist ja der entscheidende punkt und insofern ist es trotzdem ganz gut noch mal zur sicherung sich diese figuren einfach mal aufs gesicht groß zu ziehen auf dem bildschirm so also nächste meldung schlag für deutsche stahlindustrie thyssenkrupp will kapazitäten und stellen abbauen es heißt 27.000 mitarbeiter hat der stahlkonzern thyssenkrupp stil in deutschland davon allein 13.000 beschäftigte in duisburg nordrhein-westfalen aber diese blicken nun in eine ungewisse zukunft denn um sich den gegebenen marktbedingungen anzupassen und sich zukunftsfähig aufzustellen sei eine neu ausrichtung des konzerns geplant dazu soll unter anderem die produktionskapazität von rund 11,5 millionen tonnen auf ungefähr 9 bis 9,5 millionen tonnen gesenkt werden das hat der vorstand des unternehmens in einer aussendung mitgeteilt und worum geht es es geht natürlich um die wettbewerbsfähigkeit die in deutschland einfach nicht mehr gegeben ist und zwar wie es hier in der meldung heißt durch den vorstand die hohen und durch klimapolitische zielsetzungen weiter steigenden energiekosten sowie ein ungebremst steigender importdruck überwiegend aus asien und eine sich weiterhin verschlechternde handelsbilanz stahl die in summe zu einer verminderten branchen wettbewerbsfähigkeit führen thyssenkrupp stil hat diese faktoren in einer detaillierten analyse bewertet gestützt durch ein unabhängiges externes gut achten ja ich kann nur kurz wiederholen was ich gerade mal im letzten gesagt habe in meiner letzten aussage auch hier ein beweis für die massive massiven angriffe oder den krieg gegen die deutsche ökonomie und das sind die ganzen auswirkungen wieder eine ja im vergleich zu china oder gar dem atomstromnachbarland frankreich zahlen deutsche unternehmen das sei noch dazu gesagt immer noch 75 prozent mehr für strom zudem hatten unter anderem chemie und auch aluminium industrie den wegfall der befreiung von netzentgelten durch den selbst verschuldeten ampelsparkurs kritisiert der die produktion weiter unwirtschaftlich machen wird ja das kommt von der status at ein österreichisches portal und sowieso die strom kapazitäten in deutschland die sind ja mehr als wackelig und auch nicht mehr sehr zuverlässig und wir haben auch seit vier jahren in unserem portfolio berichten hier das thema blackout immer wieder thematisiert und das wird auch weiterhin uns im griff halten es gibt einen artikel in der märkischen allgemeine da heißt es in einer überschrift oranienburger stadtwerke offenbaren gravierende engpässe in der zukünftigen stromversorgung andreas wir sind ja nun selbst als alternative denker von zwei szenarien ausgegangen entweder stromausfall oder stromverweigerung durch zuteilungs pausen also zeitliche stromausfälle aber die stadtwerke oranienburg das ist ja eine stadt in brandenburg ca 41.000 einwohner die haben noch ein weiteres mittel gefunden am 10 april wurde auf der webseite der stadtwerke oranienburg folgendes bekannt gegeben kapazitätsengpass im stromnetz der stadtwerke oranienburg dazu hat mr blackout ein video gemacht das haben wir gestern hier auch eingestellt worum geht es da jetzt genau in oranienburg also wir sagen ja auch immer wieder wie wichtig es ist wenn mal der strom ausfällt für eine gewisse zeit dass dann eben halt die überbrückung und da sind wir ja immer und reden über diesen eco flow und das ist wirklich eine wichtige sache aber hier geht es eben halt um einen weiteren punkt naja man teilt also nicht nur den strom also in zeitphasen zu wie wir das immer bisher gesehen haben sondern man verweigert manchen bürgern sogar die komplette stromversorgung in dem artikel auf der website von den stadtwerken oranienburg da steht ganz klar und deutlich anmeldungen von hausanschlüssen können nicht mehr genehmigt werden wow man muss sich mal überlegen was das jetzt bedeutet da eröffnet jemand zum beispiel gerade ein neues geschäft in oranienburg oder umgebung oder befindet sich im rohbau eines hauses und dann will man den antrag aus einen auf einen stromanschluss stellen und dann heißt es plötzlich wir können kein strom liefern weil kein strom mehr zur verfügung steht das argument dass der betreiber des vorgelagerten hochspannungsnetzes keine zusätzliche leistung zur verfügung stellen kann das wird wohl kaum einen verbraucher überzeugen denn ohne strom muss er nun eventuell in die private insolvenz oder geht mit seinem neuen unternehmen von vornherein gleich pleite aber man fragt sich wie das möglich ist das hat ja gravierende folgen zum beispiel für den anschluss von wärmepumpen oder für die neu ansiedlung von gewerbe und industrie ja das ist es wie meist in dieser zeit ein völliges versagen der energiepolitik das gilt hier auch für oranienburg wenn auch aus anderen gründen hier weiß man die führenden dort in oranienburg bei den stadtwerken und so weiter seit langem dass immer mehr menschen aus dem ballungsraum berlin das ist ja in der nähe von oranienburg aufs land kommen wollen und oranienburg hat ja nur 41.000 einwohner da fühlt man sich vielleicht doch ein bisschen auch sicherer na gut nun ist es so dass man offenbar technisch nicht dafür gesorgt hat von oranienburg mit entsprechenden umspannwerken einen nutzbaren strom zu liefern man muss dazu kurz technisch etwas wissen dass die hochspannungsleitungen strom die man so kennt diese großen die so tief durchhängen mit einer stärke von 110.000 volt liefern und diese 110.000 volt die kann man nicht einfach in einen toaster oder in eine schreibtischlampe reinlassen die spielst dann weg also das geht nicht in den orten des verbrauchs müssen also durch umspannungstechniken diese riesigen stromdimensionen auf eine nutzbare größe herunter reduziert werden wenn man aber politisch versäumt das umzusetzen dann gibt es halt keinen strom mehr für die bürger oder firmen also die stadtwerke oranienburg gmbh die haben am montag die bundesnetzagentur darüber informiert dass im vorgelagerten hochspannungsnetz keine ausreichende leistung für die wachsende stadt oranienburg zur verfügung gestellt werden kann wörtlich sagt der geschäftsführer der stadtwerke damit sind die versorgungsmöglichkeiten in der stadt oranienburg ausgeschöpft sein totales novum haben wir noch nie gehört vorher aber da sagt man einfach der geschäftsführer der stadtwerke die versorgungsmöglichkeiten sind ausgeschöpft und die schon seit über einem jahr angeforderte zusätzliche kapazität kann am umspannwerk des vorgelagerten hochspannungsnetz betreibers aus dem stromnetz in oranienburg nicht bereitgestellt werden was heißt das also für die kernstadt von oranienburg und sachsenhausen könnte das zum beispiel bedeuten dass in den nächsten zwei bis drei jahren einfach nicht mehr gebaut werden kann und das obwohl man so bauen muss wo man sagt wir haben keine unterkünfte mehr zumal ja die bevölkerung massiv steigt ohne dass die geburten steigen man hat ja in oranienburg zum beispiel auch noch zwei solarparks aber nachts scheint auch die sonne nicht ganz einfaches prinzip noch mal zu den stadtwerken oranienburg das ist vielleicht ganz wichtig die bringen am tag 325.000 kilowattstunden an strom und pro tag 178.000 kilowattstunden für heizung und wärme dort in das gebiet das ist schon ganz gut und der part mit den 178.000 für für die heizung und wärme wird jetzt immer mehr durch die wärme pumpen und der part mit den 325.000 kilowattstunden also dem strom wird immer mehr durch die e-autos überstrapaziert also man bringt in oranienburg jetzt einfach das letzte verzweifelte mittel der gescheiterten energiepolitik man liefert einfach keine weiteren stromanschlüsse mehr ansonsten gefährdet man ja die gesamte stromversorgung neubauten bekommen also keine heizungen mehr und e-autos keine ladestation ja klasse also die machen jetzt den anfang in oranienburg ehrlich gesagt wenn ich da wohnen würde würde ich mir schleunigsten stromaggregat zulegen oder ein eco flow kerzen streichhölzer genügend wasser ihr lieben stromausfall kann vieles bedeuten aber auf jeden fall ist es eine sehr unangenehme angelegenheit wenn man nicht vorgesorgt hat und wenn ich diesen ganzen wahnsinn im sinne der klima kipppunkt politik betrachte andreas dann ist natürlich die nächste meldung die ist von telepolis veröffentlicht worden die klingt wie blanker hohn chinas boom bei der kohleverstromung gefährdet die globalen klimaziele heißt es china hätte zwar in den vergangenen jahren fortschritte gemacht bei den erneuerbaren energien das land ist aber auch führend bei klimaschädlichen energien und im letzten jahr wurden so viele kohlekraftwerke gebaut und genehmigt wie seit neun jahren nicht mehr naja klar sie boomen natürlich wenn ich alleine daran denke wie viele deutsche unternehmen nach china gehen weil sie eben halt in deutschland die co2 richtlinien nicht einhalten können um dann in china den billigen strom zu haben wo es eben halt keinen interessiert vielleicht auch darum weil man weiß dass diese klimadebatte eben halt auch absurd ist und eigentlich nur eine kriegsstrategie letztendlich beinhaltet das geht überhaupt nicht um umwelt und um klima aber das sind eben halt die faktoren und aus diesem grunde müssen sie natürlich auch erhöht bauen das problem ist oder das nachsehen hat deutschland die verlieren ihre industrie und china boomt und platzt aus allen nähten ja und der gerade veröffentlicht bericht von global energy monitor und 14 weiteren gemeinnützigen klimaschutzorganisationen da wird berichtet dass trotz des versprechens die nutzung von kohle streng zu kontrollieren china im vergangenen jahr zwei drittel der weltweit neu in betrieben in betrieb genommenen kohlekraftwerks kapazitäten geschaffen habe andreas die sollen ja immer wieder auch gezwungen werden in diese globale klima agenda mit einzusteigen die nicken auch die sagen ja klar machen wir das ganz sicher aber in wirklichkeit machen sie das nicht und haben es offenbar auch überhaupt nicht also es ist ja eigentlich ganz logisch zu analysieren kohle und auch atomkraft sind ja relativ träge stromproduzenten die man nicht mal eben rauf und runter fahren kann weil sie eine gewisse trägheit einfach haben die reagieren nicht sofort da kann man keinen knopf drehen und mal eben strom runterfahren oder hochfahren sondern damit wird die grundauslastung geregelt und anhand der tatsache dass man diese grundstromversorgung dermaßen hoch fährt zeigt wie die wirtschaft boomt man wird weiterhin noch die großen gaskraftwerke haben mit denen man ganz schnell dann auch die entsprechenden verbräuche und lieferungen dann feinjustieren kann das heißt was hier stattfindet ist ein normaler ökonomischer vorgang und der eben halt komplett eben halt ich sage mal antizyklisch läuft zur ideologischen sozialistischen politik deutschlands interessant deutsche sozialistische politik und marktwirtschaftliche politik in china das war mal andersrum ja und mit der eu ist es ja auch jetzt nicht mehr so weit her mit dem green deal also offenbar merkt man da auch ursula von der leyen die hatte ja so schöne ideen wie sie den green deal den leuten in allen möglichen berufen und abteilungen aufs auge drücken kann aber apollo news schreibt jetzt in der überschrift nichts mehr mit green deal eu macht sicherheitspolitik zur priorität nummer eins und in diesem neuen eu strategie papier dass die leitlinien der eu politik für die nächsten fünf jahre nach der kommenden europawahl festlegen soll ist das ehemals so gehypte thema klimaschutz nur noch weit abgeschlagen zu finden apollo beruft sich hier auf einen bericht von politico und da heißt es priorität nummer eins ist jetzt stattdessen verteidigung migrationskrise und außen und sicherheitspolitik 2009 10 war der weit oben auf der strategischen agenda wichtigste punkt der klimawandel den man da eine existenzielle bedrohung genannt hatte da haben wir ja alle mitbekommen einer der top punkte war der aufbau eines klimaneutralen grünen fairen und sozialen europas jetzt so heißt es hier taucht das wort grün mit keinem wort mehr vor na ja sie geben sich nicht einmal mehr mühe ihre unwahrheiten und widersprüche zu verschleiern sie bauen einfach auf ein eingedampftes volk was alles mit sich machen lässt und komplett ohnmächtig ist wenn sie sich da mal nicht geschnitten haben weil es eben genügend leute gibt die wach geworden sind hier erkennen wir doch ganz klar daran dass es weder um die umwelt noch um das klima überhaupt geht denn sonst wäre doch die gesamte sicherheitspolitik völlig irrelevant es wäre auch irrelevant ob jetzt der böse russe kommt oder sonst etwas kommen würde das ist doch irrelevant denn die menschheit geht doch sowieso unter wegen des klimas nach deren ideologie nein es geht um geldumverteilung und momentan sind die klimamärkte relativ gut am laufen gut ausgeschöpft die gelder sind umverteilt worden die reichen werden immer reicher und jetzt kommt die neue branche und das ist eben halt die rüstungsindustrie die jetzt bedient wird und da rutscht man eben ab und die leute laufen wie die lemminge hinterher nicht alle aber eben halt noch zu viele ja und auch in der baubranche in deutschland wackelt alles hier gibt es ein das ist unser letzter beitrag heute von den deutschen wirtschaftsnachrichten da heißt es in der überschrift krise beim wohnungsbau trifft wirtschaft hart es gibt eine studie und der zufolge soll damit die gesamte deutsche wirtschaft noch einmal hart getroffen werden diese branche sei volkswirtschaftlich gesehen fast so bedeutend wie die gesamte automobilwirtschaft das hat die beratungsfirma diw econ im auftrag des verbände bündnisses wohnungsbau ermittelt ein wegbrechen könnte der volkswirtschaft damit milliarden verluste und dem staat rückgänge bei den steuereinnahmen bescheren branchenverbände warnten jetzt in berlin vor einer wörtlich fatalen entwicklung bei der die krise im wohnungsbau einen domino effekt und damit massiven schaden für weite teile der wirtschaft auszulösen droht ja ein sammelsorium von nicht besonders guten nachrichten gibt es denn nicht noch irgendeine förderliche nachricht im nachhinein die der einfällt nehmen im moment das wäre vielleicht eines vielleicht fällt mir gerade ein was ich gelesen hatte dass die süddeutsche zeitung zum beispiel jetzt auch eine wechselwirkung insgesamt erfährt und viele leute entlassen muss und ich freue mich nicht über entlassene menschen aber hier trifft es wenigstens mal eine richtung eines unternehmens die mitgespielt haben deutschland somit runter zu ruinieren und die süddeutsche zeitung hat offenbar so viele abonnenten verloren wir kennen die süddeutsche zeitung die sich ja nun einen guten namen gemacht hat mit herrn eiwanger wo sie dann falsch nachrichten verbreitet haben und da gibt es ja so mit und strache beispielsweise dieses riesen ding mit strache wo sie im prinzip mit fake news und mit falschnachrichten die leute von oben bis unten durchgelogen haben belogen haben und dramatische entscheidungen im prinzip auch gefällt haben damit diese ganzen dinge die fallen ihnen jetzt auf die füße das ist zwar eine nur bedingt gute nachricht für die menschen die betroffen sind denn die haben ja vielleicht nur mitgespielt ich will das nicht beurteilen und verurteilen aber es gibt auch noch ein bisschen licht am horizont dass bestimmte gruppierungen die mitspielen in dem system vielleicht auch federn lassen was wir gar nicht besprochen haben heute das ist dieses duel höcke gegen vogt andreas da wollten wir vielleicht auch noch was dazu sagen ich habe da nur kurz rein geschaut muss ganz ehrlich sagen diese dieses moderations duo bei der welt das hat mir echt den atem geraubt also da muss ich wirklich sagen da muss noch ein bisschen geübt werden denn wenn man die empörungsbereitschaft und eigentlich auch die festgelegte position für die man sich als moderator entschieden hat so deutlich zum ausdruck bringt dann ist das ein mangel an professionalität den ich mit worten gar nicht beschreiben kann aber du kannst jetzt zum inhalt kommen ja das ard-urgestein hans joachim friedrich hat gesagt ein journalist soll sich mit nichts gemein machen auch nicht mit guten und das ist hier genau das gegenteil wir haben hier zwei völlige moderatoren versager gehabt wie man sie selten sieht eine erwärmliche nummer die sowas vor schaum vom mund hatten gegen herrn höcke das war ein gericht gegen herrn höcke und der cdu mann ich weiß gar nicht wie der heißt den namen habe ich mir gar nicht ja mag sein herr vogt oder so der hat daneben gestanden und hat dann damit gemischt und bekam im prinzip alle gut haben zugeschoben von den journalisten es war ein kleines schiedsgericht gegen herrn höcke der einzige der da gewonnen haben kann ist herr höcke den man ja im prinzip dann letztendlich nur versuchte auf irgendeine nazivokabular runter zu bringen und das war interessant da ging es um einen begriff der angeblich von der sa kann sogar sein dass es so ist und da sagte was alles für deutschland oder irgendwie sowas war das ich kannte den begriff ehrlich gesagt nicht und den hat herr höcke in einer freien rede irgendwo drin gehabt in einer freien rede kann man übrigens relativ schnell auch mal einen satz sagen der missglückt wenn er das gewusst hätte hätte ihn vielleicht doch gar nicht genutzt aber man hat ihn nur daran festgehalten ein junger mann der dort als moderator moderator völlig überfordert war mit schaum vor den mund versuchte ihn dann festzunageln was an lächerlichkeit kaum zu überbieten war aber jetzt ist das interessante eben halt mir fiel denn dazu ein oder uns wir haben das gerade gesehen im jahre 2005 da gab es mal eine große aktion in deutschland das war aber dann wirklich inszeniert worden und zwar von den deutschen medien erzähl du mir was dazu ja wir haben das vorhin eingestellt es ist eine ziemlich scheinheilige nazi debatte die jetzt gerade gegen herr höcke geführt wird wenn man im lichte der wahrheit sich das hier dann anschaut 2005 da ging es dann irgendwie um ein gemeinschaftsgefühl in deutschland das hergestellt werden sollte und da gab es einen slogan du bist deutschland und haben ganz viele promis aber auch die öffentlich rechtlichen medien und die freien medien und die zeitungen und so weiter es war also eine riesen aktion mit reinhold beckmann mit anne will mit ulrich wickert sandra maischberger ganz bekannte tatortkommissare und so weiter die alle mitgemacht haben bei diesem slogan du bist deutschland und dass das offenbar wirklich ein satz aus der nazizeit ist das hat dann kurze zeit später der spiegel ganz vorsichtig nur mal so angemerkt und hat es als ein echo aus der nazizeit bezeichnet und in den anfangssätzen hieß es in diesem spiegelartikel von 2005 die initiative du bist deutschland plädiert mit anzeigen und spots für weltoffenheit engagement und optimismus ausgerechnet der slogan fand allerdings schon einmal verwendung als agitationsspruch der nazis andreas warum verfolgt man dann heute herrn pöcke herrn höcke wegen einer ganz ähnlichen sagen wir mal in anführung entgleisung ja also man sollte mal dieses diesen link aufrufen vom spiegel den du darunter gestellt hat da wird nämlich ein foto plötzlich aus 1934 bekannt mit einem großen transparent mit adolf hitler in der mitte als transparent abgebildet und darunter steht dann du bist deutschland und man muss sich das wirklich mal vorstellen wie hier mit einer doppelmoral gearbeitet wird in das ist nämlich ein film den man gemacht hat und zwar von den großen medienanstalten den großen fernsehsendern also konzipiert initiiert und so weiter und herrn höcke wirft man jetzt vor einen satz genutzt zu haben alles für deutschland in irgendeinem zusammenhang den ich jetzt gar nicht kenne und das in einer freien rede und daran hängen sich jetzt alle auf und wollen daraus jetzt erkannt haben welchen plan erfüllt genau wie mit putin und so weiter und so fort also eigentlich gibt es den gewinner ist herr höcke und da ist geht mir gar nicht um eine darstellung denn dieses ganze ding war ja eine einzige hinrichtungssituation die man dort versuchte und er hat da alleine so ein bisschen wie david gegen goliath gekämpft und ich will ihn nun nicht als david bezeichnen aber unterm strich gesehen muss ich ganz ehrlich sagen jemand der eins und eins zusammen zählt der sieht dass hier eine kampagne gegen eine höcke gefahren wurde und die menschen haben ein gutes rechtsempfinden und werden das auch relativ schnell merken es ist immer wieder die sache mit dem zweierlei maß autobahn sie hat autobahn gesagt ja das darf man nicht sagen das sind doch die blau beschilderten schnellstraßen so viel zeit muss sein man eigentlich noch deutschland sagen deutschland nein 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 das allemannien oder irgendwie sowas ich habe keine ahnung kartoffel 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 davon sagen ja ihr lieben bleibt stark wir versuchen es auch bis später zum abendgebet ein Wow. Der Kaffee ist fertig.